Schopau ist eine große Kreisstadt im Erzgebirgskreis im Süden Sachsens. Obwohl noch 1999 der Ort Krumhermersdorf eingemeindet wurde, ist die Einwohnerzahl der Stadt fallend und lag 2007 bei etwa 10.900. Mit der Gemeinde Gornau-Erzgeb, besteht die Verwaltungsgemeinschaft Schopau in der rund 14.000 Einwohner leben. Geografie Die Stadt Schopau liegt südöstlich der Stadt Chemnitz im Tal des gleichnamigen Flusses. Sie befindet sich am Übergang von den unteren Lagen zu den mittleren Lagen des Erzgebirges. Östlich der Stadt liegt das Waldhufendorf Krumhermersdorf. Vor allem der südöstliche Prallhang des Schopauflusses ist aufgrund des steilen Reliefs kaum besiedelt. Der tiefste Punkt im Stadtgebiet befindet sich am Schopaufluss an der Stadtgrenze zu Grünhainichen in rund 310 m ü. N.N. Die höchste Erhebung ist der 598 m hohe Pilzhübel südwestlich des Stadtteils Krumhermersdorf, Stadtgliederung Schopau, Krumhermersdorf, Ganzhäuser, Feldgüter, Bornwaldhäuser, Willeall. Nachdem die Stadt bis ins 18. Jahrhundert zu den größeren sächsischen Städten gezählt hatte, waren dem Wachstum in der Zeit der Industrialisierung vor allem durch die geografische Lage der Stadt im Engenteilkessel Grenzen gesetzt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann man damit, die umliegenden Hänge zu bebauen und schließlich ab 1980 mit dem Bau der Plattensiedlung Augustbebel für über 3000 Menschen. Nach 1990 nahm die Bevölkerung wegen hoher Arbeitslosigkeit damit verbundener Abwanderung und sinkenden Geburtenraten, aber auch durch den Neubau von Eigenheimsiedlungen in den umliegenden Dörfern massiv ab. Damit hat Schopau zwischen 1990 und 2006 ca. 22% seiner Einwohner verloren. Quelle bis 1964 Quelle 1989 bis 2006 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen Geschichte Die Burg wurde Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet und diente zum Schutz der Furt der Salzstraße durch die Schopau. Diese Straße überquerte von Halle und Leipzig kommt hier den Fluss um dann weiter über die damals dicht bewaldeten Höhen des Erzgebirge nach Böhmen und Prag zu führen. Im Jahre 1174 wird die Straße als Antiquasimiter Bohemorum genannt. In diese Zeit dürfte auch die Entstehung der Stadt fallen. 1286 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung als Schapa 1292 die Bezeichnung Schopaus als Civitans. Ab 1300 gelangte die Stadt in den Besitz der Reichsministerialien von Waldenburg. Ab 1349 war sie magmeißnisches Lehen und kam schließlich 1456 ganz in den Besitz des sächsischen Kurfürsten. Seitdem gehörte Schopau zur Pflege Schellenberg bzw. ab 1590 zum Amt Augustusburg. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts wurde auch in Schopau Bergbau betrieben. 1494 wurde eine neue spätgotische Stadtkirche Sankt Martin errichtet und 1516 erstmals eine Brücke über die Schopau erwähnt. Mit der Reformation 1539 wurde Schopau eine eigenständige Parodschi. Eine Stadtschule wurde 1543 erstmals erwähnt. 1545 begann der Ausbau der Burganlage durch den sächsischen Kurfürsten Moritz zu einem Jagdschloss, das die Bezeichnung Wildeck erhielt. Mit diesem Schritt wurde man auch der zunehmenden Bedeutung von Schopau als Stadt im Erzgebirge gerecht. Das Schloss diente vom 17. Jahrhundert bis 1911 als Sitz einer Oberforst- und Wildmeisterei. Zur Versorgung gab es in umliegenden Orten Vorwerke. Zwischen 1567 und 1588 wirkte der Philosoph und Theologe Valentin Weigel als Pfarrer in Schopau. Im Jahr 1609 geriet eine Frau geriet in einen Hexenprozess und wurde enthauptet. 1612 wurde Schopau schwer von der Pest getroffen, die über 450 Menschenleben forderte. Wenige Jahre später mussten die Bewohner im Dreißigjährigen Krieg vor den Kroaten in die Wälder fliehen. 1634 wurde die Stadt erneut geplündert und schließlich am 21. November zu großen Teilen niedergebrannt. Bis zum Ende des Krieges 1648 quartierten sich immer wieder Soldaten in der Stadt ein. Erst in den nachfolgenden Jahren blühte die Stadt wieder auf. Handel, Gewerbe und der Bergbau brachten Reichtum und Anerkennung. In dieser Zeit wirkte U. A. der Komponist Christian Liebe als Rektor der Lateinschule. Dieser Zeitabschnitt wurde durch den großen Stadtbrand von 1748 beendet. Bei dem Feuer am 8. Oktober, das von einem Haus unmittelbar neben der Kirche ausgeht, wird innerhalb dreier Stunden nahezu die gesamte Innenstadt zerstört. Nur das Schloss blieb unbeschadet. Schon zwei Jahre später wurde mit dem Wiederaufbau der Kirche begonnen. Die Untererhaltung der spätgotischen Umfassungsmauern und großer Teile des mittelalterlichen Grundrisses im Stil des Dresdner Barock als ein eine, reife Leistung sächsischer Barockbaukunst nach dem Entwurf des Baumeisters Sigert wieder entstand. Die Kirche erhielt eine Orgel des Silbermann-Zeitgenossen Jakob Hürtel, die bis heute nahezu unverändert erhalten ist und als drittgrößte Barockorgel Sachsens gilt. Auch die restlichen Gebäude um den Markt wurden im barocken Stil wieder errichtet. Ältere Bausubstanz findet sich heute, abgesehen vom Schloss, nur außerhalb der ehemaligen Stadtmauer. Eine kur-sächsische Postdistanzsäule steht am ehemaligen Chemnitzer Tor vor den ältesten Häusern der Stadt. Die Vorstufen der Industrialisierung begannen in Schopau extremzeitig. Die frühe wirtschaftliche Bedeutung der Stadt äußert sich im mehrmaligen Besuch von Zar Peter I. in Schopau. Er besichtigte die Strumpfwirkereien der Stadt und weilte mehrere Tage im Hotel Weißes Rösgen. 1711 und 1713 kehrt er zurück. Um 1715 entstehen erste Bleichen und 1787 wird die Wollkrempelmaschine durch Johann Gottlieb Pfaff in Schopau entwickelt. Mit der Ansiedlung mehrerer Bleichen und Manufakturen beginnt schon um 1800 die Industrialisierung. In den Jahren 1812 bis 1815 wurde die steinerne Brücke über die Schopau erbaut. 1813 zogen 13.000 Mann des Vereinigten Österreichisch-Russischen Heeres über die noch im Bau befindliche Brücke zur Völkerschlacht nach Leipzig. Zar Alexander logiert im Hotelstadt Wien. In diesem Zeitraum entstanden in Schopau mehrere größere Textilunternehmen. Die bedeutendste Fabrik war die der Familie Bodemar. Durch den ursprünglich aus dem schwäbischen Stammenden Kaufmann Johann Jakob Bodemar wurden ab 1802 eine Bleiche sowie weitere Fabrikgebäude am Schopau-Ufer errichtet. Er stellte ab 1819 Spinnmaschinen in seiner Fabrik auf. In der Folgezeit entwickelte sich sein Unternehmen zu einem der größten Baumwollspinnereien Sachsens. 1845 wurde in der Bodemar Fabrik eine Fabrikschule eingerichtet. Es folgten eine Betriebskranken- sowie Fabriksparkasse. Das Unternehmen war somit seiner Zeit weit voraus. Auch in anderen Zweigen der Textilindustrie erlebt Schopau einen enormen Aufschwung, der sich auch in einem raschen Bevölkerungswachstum niederschlug. Schon 1866 erhielt die Stadt mit dem Bau der Schopau-Talbahn einen Bahnanschluss. Der Einfluss des Großunternehmers Bodemar führte dazu, dass der Bahnhof unmittelbar neben seiner Fabrik angelegt wurde. Im Jahre 1869 wurde die Freiwillige Feuerwehr Schopau gegründet. Im selben Jahr erfolgte die Gründung eines Lehrerseminars an einem sonnigen Südhang der Schopau. 1888 wurde die Bürgerschule, heute Oberschule Martin Andersen Nexel, fertiggestellt. Nach 1872 war Schopau stark von den Folgen des Gründerkrachs betroffen, der zu einer Phase der Stagnation und einer Entlassungswelle führte, die sich auch in einem deutlich Rückgang der Einwohnerzahl durch Abwanderung bemerkbar machte. Auch der technische Fortschritt hielt in der aufblühenden Industriestad ein Zug. Die erste Telefonleitung wurde 1891 und die städtische Wasserversorgung 1893 in Betrieb genommen. Das Stadtkrankenhaus wurde 1897 eröffnet. Schopau im 20. Die Bodemer Fabrik vergrößerte sich ständig weiter und beschäftigte 1925-1100 Arbeiter in einem Werk mit 82.000 Spindeln. 1907 erwarb der Dene Jorgenskafterasmussen eine stillgelegte Tuchfabrik im Tal des Bachs Tischau und gründete eine Armaturenfabrik. In dieser wurde 1916 der Prototyp eines Dampfkraftwagens entwickelt. 1919 entwickelte der Ingenieur Hugo Ruppe einen kleinen Zweitaktmotor, der den Grundstein für die nachfolgende Motorradproduktion in Schopau legte. 1928 waren die Schopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen mit ihrer Marke DKW die größte Motorradfabrik der Welt. Im Jahr 1932 fusionierten die Schopauer Motorenwerke mit ihrer Tochtergesellschaft Audi Werke AG CK, der Horchwerke AG sowie dem Fahrzeugwerk Sigma der Wandererwerke in Schönau bei Chemnitz zur Auto Union AG mit vorläufigem Sitz Schopau. Aus dem Zusammenschluss der vier Marken entstand das Logo mit den Vierringen, das noch heute von Audi verwendet wird. Die Verlegung des Firmensitzes nach Chemnitz erfolgte 1936 in die umgebauten und erweiterten Gebäude der ehemaligen Presto Werke. Während des Zweiten Weltkrieges baute das Unternehmen neben anderen Rüstungsgütern vor allem Stromerzeugungsaggregate und Motorräder für die Wehrmacht. Nach Ende des Krieges erfolgte die fast komplette Demontage der Produktionsanlagen und ihr Abtransport in die Sowjetunion. Es folgte eine Phase der Herstellung von Haushaltsgütern. Ab 1950 wurde wieder mit Vorkriegsentwicklungen der Motorradbau unter dem Namen IFA fortgeführt. 1952 änderte sich der Firmenname in VEB Motorradwerk Chopau MZ. Ab dem Jahr 1956 wurden auch alle Modelle MZ genannt. Nach 1900 hat Chopau mehrere Stadterweiterungen erfahren, vor allem nach Osten. 1918 erfolgte die Gründung einer gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft. Durch diese wurden in der Folgezeit zahlreiche Siedlungshäuser erbaut. Ab 1928 entstand im Südwesten der Stadt die DKW-Siedlung als Werkssiedlung des Motorradwerkes. 1941 wurden die ersten Häuser in der neuen Heimat hoch über der Stadt in südlicher Richtung errichtet. Das unterirdische Wasserwerk wurde 1930 in Betrieb genommen. Bei einem Bombenangriff am 19. März 1945 wurden elf Häuser sowie die Schulturnhalle der späteren Martin-Andersen-Nexer-Schule zerstört und 23 Menschen getötet. Bis in den April 1945 existierte zudem ein Außenlager des KZ Flossenbürg bei der Auto-Union AG in Chopau. 500 jüdische Frauen und Mädchen aus dem Lager Auschwitz mussten hier in der Rüstungswirtschaft Zwangsarbeit verrichten und wurden schließlich auf den Todesmarsch nach dem KZ Theresienstadt getrieben, bei dem sehr viele ums Leben kamen. Gedenkstätten Eine Grabstätte mit Gedenkstein auf dem Ortsfriedhof erinnert an fünf namentlich genannte weibliche jüdische KZ-Häftlinge, die im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurden. Politik Stadtrat Seit der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 18 Sitze des Stadtrates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen. CDU 6 Sitze Linke 5 Sitze Bundfreier Wähler 4 Sitze FDP 1 Sitz SPD 1 Sitz Grüne 1 Sitz Partnerschaften bestehen seit 1972 mit der Stadt Launi in Böhmen. Seit 1990 mit der Stadt Neckarsulm in Baden-Württemberg und seit 2010 mit der Stadt Venn-Öleser-Blons in Frankreich. Kultur und Sehenswürdigkeiten Die Museen der Stadt konzentrieren sich auf das fast vollständig restaurierte Schloss Viltek in der Altstadt. Hier befinden sich Museum zur Geschichte und Entwicklung des Motorradbaus in Chopau, Museum zur Geschichte des Buchdrucks mit Schauwerkstätten, Münzpräge Museum mit Schauwerkstatt, Museum zur Stadtgeschichte, Erzgewölbe, Ausstellung zur Turmgeschichte in der Turmstube. Außerdem existiert im Süden der Stadt das Schauwerk-Werk Heilige Dreifaltigkeit. Schon im 17. Jahrhundert muss in Chopau ein reges Musikleben geherrscht haben. Der Komponist Christian Liebe, der von 1690 bis zu seinem Tod 1708 in der Stadt als Rektor der Lateinschule wirkte, komponierte hier eine große Zahl seiner Werke, vor allem Kantaten mit einer außergewöhnlich großen Bläserbesetzung. Ein Hinweis auf die gute Ausstattung des städtischen Musikkollegs. Bereits im 17. Jahrhundert existierte in Chopau eine Stadtpfeiferei, die im Jahre 1828 durch die städtischen Musikkapelle ersetzt wurde. Später entstanden neben einem Orchester weitere Musikgruppen aus der städtischen Musikschule heraus. Die städtische Orchesterschule, der auch ein Internat angeschlossen war, hatte bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts einen hervorragenden Ruf. Hier erhielt bekannte Musiker wie Phipps Fleischer und Walter Eichenberg ihre musikalische Ausbildung. Aber auch in den Mauern des Lehrerseminars fanden sich Musiker zu Orchestern und verschiedenen Chören zusammen. Zeugnis für das umfangreiche musikalische Leben im 19. Jahrhundert gibt der Umbau der Orgelempore in der Sankt-Martins-Kirche im Jahre 1896, die dem oft mehr als 150 Sänger umfassenden Seminaristenchor nicht mehr genug Platz bot. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden neben den Schulorchestern in zwei Oberschulen, ein Pionierblasorchester sowie 1965 der Jugendchor der erweiterten Oberschule Clara Zetkin, der als beachtlicher Klangkörper mit heute über 50 Sängern in seiner Geschichte auch über die Grenzen der Stadt hinaus Bedeutung erlangt hat. Der Jugendchor Chopau findet vor allem durch sein sehr weit gefächertes Repertoire Beachtung. Das sakrale Musikleben wird heute vor allem von der Kantorei der Sankt-Martins-Gemeinde geprägt, die seit den 1970er Jahren damals unter Kantort Schocke durch eine umfangreiche Musikpflege und Aufführung bedeutender Werke das kulturelle Leben der Stadt bereichert. Weiterhin existieren heute ein städtischer Chor, ein Männerchor sowie vor allem im Stadtteil Krum Hermersdorf Musikgruppen, die sich der Pflege der erzgebirgischen Musikkultur verschrieben haben. Brauchtum der Erzgebirgszweigverein der Stadt hält das regionale Brauchtum lebendig. Unter dem Dach des Schnitzereims treffen sich die Mitglieder regelmäßig, um traditionelle Handwerkstechniken zu erhalten und weiterzugeben. Im Schloss Wildeck besteht ebenfalls ein Klöppelkreis. Gemeinsam werden regelmäßig Ausstellungen veranstaltet oder an regionalen Treffen mitgewirkt. Auch der Betrieb der Großpyramide, die zur Weihnachtszeit auf dem Markt aufgestellt ist, erfolgt durch den Erzgebirgszweigverein. Insgesamt ist das erzgebirgische Brauchtum noch lebendig, was sich vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit an den zahllosen mit Schwebbögen beleuchteten Fenstern zeigt. Neben einem Grüngürtel, der die Altstadt umgibt, befinden sich direkt im Stadtzentrum die sogenannten Anlagen. Um Schloss Wildeck wurde ein Barockgarten angelegt, der einen Rundweg um das Schloss erlaubt. Regelmäßig im Oktober findet die Endurosportveranstaltung rund um Schopau statt. Neben dem jährlich stattfindenden Finallauf zur Deutschen Meisterschaft fanden 1990 und 2004 auch Weltmeisterschaftsläufe in Schopau statt. Zu den Veranstaltungen kommen regelmäßig über 40.000 Zuschauer. Auf der Skipiste mit Liftanlagen und einer Schanzenanlage werden auch im Wintersportbereich Wettkämpfe ausgetragen. Ebenfalls bedeutend ist die Sportförderung im Bereich des Kanusports beim Ringen und verschiedenen Ballsportarten. Bekanntester Fußballverein der Stadt ist die BSG Motor Chopau. Auch einen Golfplatz gibt es. Regelmäßige Veranstaltungen Anfang April Mittelalterliches Spektakel im Schloss Frühlingsfest Mai Blasmusiktreffen im Schloss Anfang Juni Gleichmäßigkeitswettbewerbe mit historischen Motorrädern und Automobilen Juni September Konzertreihe im Schlosshof Juli Landschaftsburgenlaufbootshausfest Ende August Schloss- und Schützenfest September Wein- und Altstadtfest Oktober Herbstfest Enduro rund um Chopau Dezember Weihnachtsmarkt im Schloss Wirtschaft und Infrastruktur Regionalgeld seit 17. August 2007 gibt es in der Region Mittweida, Frankenberg, Waldheim, Heinichen, Flöher, Augustusburg in Sachsen und Chopau die Regionalwährung Chopau-Taler Chopau ist über die vierspurig ausgebaute Bundesstraße 174 nach Chemnitz und von dort über den Stadtring an die Bundesautobahnen 4 und 72 angebunden. Weiter besteht über die B 174 eine Verbindung nach Nordböhmen und Prag. Letztere wurde 1994 zu 97 als Ortsumfahrung neu trassiert. Das Kernstück des vierspurigen Ausbaus ist das 408 Meter lange Brückenbau-Werktalübergang Chopau. Chopau besitzt zwei Stationen an der Chopau-Talbahn. Über diese bestehen direkte Verbindungen nach Chemnitz und Annaberg-Buchholz sowie weiter nach Kranzeil zur Fichtelbergbahn. Außerdem bestehen über Flöher stündlich Anschlussverbindungen von und nach Dresden. Chopau ist Knotenpunkt mehrerer Regional- und Fernlinien mit Direktverbindungen nach Norddeutschland, Karlsbad und Prag. Das Stadtgebiet wird durch Linien des Stadtverkehrs erschlossen. In Chopau und dem Umland erscheint täglich die Regionalausgabe Chopauer Zeitung der Freien Presse mit Sitz in Chemnitz. In Chopau wird der Regionalsender MIF ausgestrahlt. In Chopau ist der Sitz eines Arbeitsamtbezirks und eines Finanzamtes. Außerdem sind in Chopau mehrere Außenstellen des Landtransamtes des Erzgebirgskreises angesiedelt. Das Klinikum Mittleres Erzgebirge hat seinen Hauptstandort in Chopau. Ein weiterer befindet sich in Olbernhau. Das Haus der Regelversorgung hat knapp 400 Betten und eine angegliederte psychiatrische Tagesklinik. Die Abteilung für Strahlentherapie wird vom Klinikum Chemnitz betrieben. Das Chemnitzer Klinikum wollte das Klinikum Mittleres Erzgebirge übernehmen, gab jedoch auf, nachdem das Bundeskartellamt eine Untersagung angekündigt hatte. Bildung in Chopau bestehen folgende Bildungseinrichtungen. Zwei Grundschulen, zwei Oberschulen, das Gymnasium Chopau, ein Berufsschulzentrum und weitere private Ausbildungsinstitutionen. Seit 1954 bis 1990 befand sich in Chopau ein Wohnheim für Lehrlinge, die im VEB DKK Scharfenstein zu Haushaltsgroßgerätemechanikern ausgebildet wurden. 1869 wurde in Chopau ein Lehrerseminar eingerichtet. Die drei Gebäude entstanden 1869, 1885 und 1901. Das Institut beeinflusste vor allem das kulturelle Leben der Stadt. Mehrere bedeutende Direktoren begründeten den Ruf des Seminars. Der erste Direktor August Israel verfasste zahlreiche pädagogische und heimatkundliche Abhandlungen. Seine Pestalozzi-Bibliografie brachte ihm den Ehrendoktor der Universität Zürich ein. Richard Seifert, der 1908 Direktor wurde, setzte als Leiter des sächsischen Unterrichtsministeriums die akademische Lehrerbildung in Sachsen durch. Worauf das Seminar ab 1923 Deutsche Oberschule wurde, der Turnlehrer Max Schwarze verfasste neben anderen turnerischen Schriften das Chopauer Wanderbuch, das ihm einen weit über Sachsen hinausgehenden Ruf verschaffte. Ab 1900 entstand ein großer botanischer Garten, der maßgeblich von Oskar Seidel initiiert wurde. Bis heute finden sich einige seltene Bäume und Gewächse an dem sonnigen Südhang des weitläufigen Schulgrundstückes. Ab 1922 bis 1945 gab es hier die Deutsche Oberschule und kein Gymnasium. Von 1940 bis 1945 wurde eine Lehrerbildungsanstalt eingerichtet. Bis 1945 blieb die Schule ein Gymnasium, bevor sie in der DDR zur erweiterten Oberschule Clara Zetkin umgewidmet wurde. Bis 1988 befand sich in der Schule außerdem ein Internat. Ab 1992 wurde die Schule Gymnasium. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten bis 1996 konnten unter Erhalt der denkmalgeschützten Bausubstanz die drei Gebäude erweitert und durch gläserne Verbindungsbauten modernisiert werden. Als Besonderheit gilt die Holzfertifilter-Aula mit einer Orgel. Wie bereits vor dem Zweiten Weltkrieg trägt die Schule heute keinen Namen. Der Name Gymnasium Chopau sagt nach Meinung von Schülern und Lehrern bereits genug. Die Schule hat heute ca. 540 Schüler und bietet ein naturwissenschaftliches und ein künstlerisches Profil an. Die Stadtbibliothek Chopau befindet sich seit 1956 im Schloss Wilteck. Sie wurde im Jahre 1863 gegründet und ist heute nach ihrem Stifter Jakob Georg Bodelmer benannt. Die Bibliothek des Gymnasiums Chopau befindet sich im Erdgeschoss des mittleren Schulgebäudes und hat ihr Aussehen seit der Gründung in den 1880er Jahren kaum verändert. Sie umfasst einen umfangreichen historischen Buchbestand. Neben den Schriften berühmter Direktoren wie August Israel und Richard Seifert werden historische Dokumente zur Geschichte der Stadt Chopau und der Umgebung, heimatkundliche Abhandlungen sowie eine Sammlung pädagogischer Schriften hier aufbewahrt. Daneben existieren teilweise wertvolle Lehrbücher aus dem 18. und vor allem 19. Jahrhundert. Schließlich gibt es auch noch einen kleineren Freihandbestand. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Heinz-Auswald Maler Markus Burkhardt Radrennfahrer Ulf Fyntheisen Skispringer Johann Michael Fleischer Schriftsteller David Fücki Comiczeichner und Sachbuchautor Jens Grüner Endurosportler Rebecca Hase Deutsche Leichtathletin Axel Jung Skeletonpilot Walter Kaden Ingenieur Reinhard Kletke Endurosportler Karl Kröner Maler Steffen Mauersberger Endurosportler Claudia Nistat Ski-Langläuferin Carla Sachse Künstlerin Christian Gotthelf Scheinpflugkomponist und Hofkapellmeister Jens Schäffler Endurosportler Gerhard Schramm Botschafter der DDR in Frankreich und in Österreich Karl Schmidt Hellerau Möbelfabrikant und Sozialreformer Stefan Semmler Ruderer Hans Sprung Motorrad Rennfahrer Frank Kulig Fußballspieler Bernd Thulmann Endurosportler Uwe Weber Endurosportler Carsten Volkmann Radrennfahrer Roland Wieser Leichtathlet Persönlichkeiten die vor Ort gewirkt haben Julius Bochmann Pädagoge und Philatelist Begründer der Bochmann Kataloge für Gelegenheitsstempel Johann Jakob Bodemer Deutscher Unternehmer Jakob Georg Bodemer Deutscher Unternehmer und Philanthrop Fips Fleischer Jazz und Swing Musiker Carl Hahn Senior Deutsch-Österreichischer Automobilbauer und Unternehmer Christian Liebe Komponist August Brüssing Ingenieur Jürgen Skafterasmussen Dänischer Ingenieur und Industrieller Hugo Ruppe Ingenieur und Automobilpionier Kurt Schumann Reformpädagoge und Heimatforscher Richard Seifert Politiker und Direktor des Lehrerseminars Hermann Weber Konstrukteur Valentin Weigel mystisch-deosophischer Schriftsteller Pfarrer und Naturphilosoph Ludwig Wirkert evangelischer Pfarrer Schriftsteller und Revolutionär Clara Zetkin sozialistische Politikerin und Frauenrechtlerin 50 41 41 41 42 42 41 41 83 41 Vielen Dank.